malzeit leute zur neuen video von destinies gibt einen kleinen trick für die quest essenzielle elemente das ist die quest für das exo schwert ich bin jetzt momentan auf dem mars und muss die relikteisen sammeln und zwar ist der trick ihr nehmt euch einfach hier den geist rein der euch die relikteisen auf der karte markiert wenn ihr jetzt in ein gebiet reinkommt guckt einfach mal durch scharfschutzengewehr und es werden euch die relikte direkt angezeigt da hinten haben wir jetzt eins fliegen wir mal kurz hin hier ist es und da hinten haben wir noch eins zack jetzt fliegen wir mal in ein anderes gebiet rein da haben wir auch eins gefunden sehr schön das war zu früh so jetzt sind wir bei den scaplands und schon mal hier durchs scharf scharfschutzengewehr und sehen direkt da hinten haben wir eins hier in der ecke haben wir eins und da vorne haben wir eins so kann man natürlich die quest dann ein bisschen schneller erledigen man muss nicht die ganze zeit rum suchen wo ist denn jetzt eins gespawnt man geht einfach ins gebiet rein schaut durchs scharfschutzengewehr und dann hat man direkt die position von den relikteisen oder von den heliumfragmenten die auf dem mond sind und ich glaube drehmetall auf erde muss man sammeln oder geistblüten ich weiß jetzt nicht naja auf jeden fall so geht es schneller ich hoffe euch ich hoffe euch ich hoffe ich habe euch ein bisschen damit geholfen und ja man sieht sich auf jeden fall beim nächsten video ciao